mein englisch ist einfach unübertroffen auf jeden fall ich beneide dich um dein englisch das war es doch schon oder ach ja stimmt den special cup müssen wir glaube ich als freischalten oder ich weiß es schon gar nicht mehr ich auch nicht machen wir mit dem 100er weiter genau ich habe ja schon angst nehme ich mal wen anders oder fahr ich mit joshin weiter ich nehme auch mario nämlich luigi vielleicht haben wir zwei andere gegner ab 100 gibt es ja richtig so was wir sind fast eine stunde dabei das müssen wir eigentlich schnell hinkriegen hier haben wir jetzt alles so durch rattern oder so war einfach sofort ins special ja genau ich habe bei 150 den special nicht geschafft so war das ging gibt es überhaupt ein power start ich weiß es gar nicht irgendwie nicht oder auch das gefühl weil egal was du drückst ich habe jetzt von anfang und das war nichts ja was habe ich dafür eine komische zweimal ist doch kein item gehabt war okay dieses verholte wasser die zahlzeichen nämlich an welcher spiel ich dachte ich falle jetzt ins wasser ich glaube ich hätte bei koopa bleiben soll ich glaube ich hätte bei joshin bleiben soll aber man will ja was zeigen richtig ich war gerade die ganzen alter ist so schlecht den ganzen grand prix nur mit denselben gemacht das ist echt schlecht auch tschüss luigi gebarn schweine hallo nicht mal raus du wirst schon über 100 alter was ist hier kaputt ja du weißt ja dieser steg wird kann leichter sein ja wenigstens behalte ich mein item wenn ich aus lassen lassen so viel zum thema special ja da bin ich schon wieder super ich hab dich überholt hey ich hab dich überwundet und bin siebter alter ich bin achter was los mit uns keine ahnung wir sind schlecht ich habe monty getötet ich bin sechster siebter alter das die letzte runde das geht da gar nicht klar hier ich glaube wir hätten noch weiter auf 50 üben sollen ach komm wir hätten glaube ich erst mal die anderen 100 ccms machen sollen meine ich ja ich meine 100 50 gesagt ne ja hier wieder schneller als uns ich bin sechster mit hängen und mögen scheiß die wand an du bist doch nicht in der letzten runde nein scheiße musst du hier zu ende fahren drück mal start vielleicht kannst du aufgeben haaa start sagt er funktioniert nicht select nein L R Gasbremse die unnützen Knöpfe die loswerden 7 aus man kann doch nicht alle an die Pfade das ist echt nervös Mann hol mich schnell aus dem Wasser ohja setzt mich noch direkt ey das ist zu ruhig das gibt's echt nicht los vielleicht triffste Tote Los Tote Du kannst doch nicht erzählen, dass du das früher alles geschafft hast. Vielleicht trübt mich meine Erinnerung. Ach, kacke. Verdammt nochmal, ey. Aber ich muss sagen, wir werden wirklich kontinuierlich schlechter. Das war ein guter Versuch. Wollen wir lieber erst die anderen machen? Ja. Die Leute haben ja gesehen, wie gut wir sind. Ich glaube, das katte ich wirklich raus. Da müssen wir jetzt aufpassen, was wir jetzt im Laufe dieser Aufnahme noch so von uns geben. Damit niemand Verdacht schöpfen kann. Lass doch drin, da wissen die Leute, wie scheiße sie sind. Okay, ich bleib bei Kuhfahrer. Bleib lieber bei euch. Das geht überhaupt nicht klar, ey. Das lag nur an den Fahrern natürlich. Ja, die Fahrer sind scheiße. Und wir fahren mit dem Muss-Rum-Cup an. Aber jeder weiß, Pilze machen größer. Oh ja. So ist die Psychose wird dabei größer. Läuft schon in Gewässern, ne? Oh ja. Naja, wenn ich aufhören würde, würdest du driften, würdest du besser laufen? Boah, du. Wie kann er es wagen? Ich frage mich, ob die hier durch den Stern schneller werden oder einfach nur besiegbar. Weil es kommt mir nicht so vor, als wenn die Sternen schneller werden. Klar, ich fahre überall rein. Ich glaube, die holen einfach schneller auf und sind schwerer einzuholen. Ich hab keine Ahnung. Aber naja. Was wir mal erwarten. Für Superanlass ist das schon ziemlich geil gemacht. Ey, Schlappe. Ich zeig dir jetzt mal meinen dicken Pilz, ey. Scheiße, Scheinpilz. Warum spinnt aber der scheiß Pilz? Das ist so unfair. Noch Dritter. Ja, sehr froh. Bin nicht mehr. Aber wer sich wieder wie der letzte... Aber nur 5. Oh, ey. Das Spiel liegt mir ja so besonders. Ja. Freu ich mich, wenn wir Mario Kart 64 spielen. Sonst denken die Leute, glaube ich, wäre überschlechter. Ich weiß noch. Ich habe damals Mario Kart 64 alles gelöscht, um nochmal alles neu zu machen. Und ich habe es nicht fertig gemacht. Ich wäre dann, glaube ich, nochmal alles löschen, dann kommen wir überall Gold holen. Was hältst du da vor? Ja, warum nicht? Das hört sich perfekt an. Machen wir daraus so ein richtig, so ein wirklich richtig durchgezogenes Letzt-Pret-Tuber. Auf jeden Fall. Mensch, ne, ich bin begeistert. Das ist auch gar nicht so leicht, um zu zielen, ne? Oh, fuck, fuck, fuck. Alter, leck mich doch. Verpiss dich tot! Mist, du bist dir genau vor mir. Ja, ich liebe die Sternenmucke. Ja, die ist immer so geil gewesen. Ja, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Ja, na klar, das Feuer dreht zu. Das ist mich erwischt, oder was? Oh, jetzt bin ich so weit hinten, ey, das schaffen wir nie. Das ist so viel, dass jemand über die Items springt. So viel Fäkalwörter. Ja, ne? Der Panzer kommt doch nicht so. Kacke, Mikrop, Schwanz. Sollt das Mikrop ist total ekelhaft, ey. Auf jeden Fall. Ich würd' lieber einmal scheiße runterwöhnen, als auch nur einen Löffel Mikrop zu essen. Ich würde ja gerne mal Panzer schießen, aber dann treffe ich dich. Was? Weil die behinderte Schlampe. Ey, Prinzess Todes, du gehst mit tierischer Fuss. Warum ist der Panzer so scheiße? Der fährt einfach nur in die Wand, der ist so unnütz. Der rote Panzer ist hier echt für den Arsch. Ja, das merke ich, ey. Direkt hinter Bowser schießt ihr ab und der macht einen Schlecker links. Einfach so wuscheln weg. Das erfe, das erfe. Nein! Gut, dass ich so gut bin. Schatz. Vielleicht lässt du mich wieder im Stich, das ist gar nicht nett. Ich will dich ja nicht im Stich lassen, aber... Aber es ist echt nicht nett. Es will einfach nicht funktionieren. Oh, mach das weg. Immer Donkey Kong, ey. Ich hasse ihn. In Donkey Kong spielen ist er ja richtig toll. Aber außerhalb von Donkey Kong spielen, somit Gastrollen, ist er einfach scheiße. Ja. Da hast du sowas von Recht, mein Alter. Alleine wie viel Gast es schon wieder gibt. Watcher. Oh. Gut, dass ich Watcher sage und den... Ja, ich hab Arie betroffen. Ich bin Erster. Respektive, ich bin Erster von hinten. Also von hinten hört sich falsch an, aber... Wenigstens bin ich irgendwo Erster. Ich weiß doch, wie's gemeint ist. Fehler! Woo! Yes! Endlich klappt hier mal was, ey. Mir fällt auf, man kann nicht mehr als 16 Münzen haben. Echt? Ja. Dir kann's auch. Ich hab's noch gar nicht so weit. Du kannst noch mehr haben, ich hab mich nur geirrt. Okay. Ich hab nix gesagt, streich dir letztlich. Du hast mich eingelogen! Hast du mir leid! Hast du mir leid! Komm, ich hab's schon verziehen. Oh, das ist wirklich süßes von dir. Oh. Da springe ich vor Freude erstmal ein bisschen. Was ist was? Ey Toad, ne? Ich beiß dir gleich in den Kopf. Und bin ich voll auf Pilzen. Woohoo! Ja! Ich hab abgekürzt und so weiter und der Affe ist trotzdem richtig nah hinter mir. Okay. Gibt's so echt nicht. Och nee. Och nee. Och nee. Och nee. Warum hast du dich gedreht? Hab eben nicht hingesehen. Da war ne... Banane. Shit. Oh. So ne richtige Bananenkäse-Bananen. Soll ich dir mal was erzählen? So ganz im Geheim so unter uns? Ja. Das wird nur ein letztes Test. Kein richtiges Let's Play. Danach starten wir sofort mit Barokat 64 durch. Das darf niemand wissen. Das ist doch nicht so peinlich. Null Punkte ey. Krieg ich nicht mal einen Mithaltspunkt? Das ist doch neuer. Das ist ja auch nirgendwo. Ich komm auf das Driften doch noch nicht so gut. Ich bin echt gut. Das ist ja auch nirgendwo. ja wotja folgt bowser Ja, ja, Alter, Sabina, Tabakito, ich hab das genau gesehen, ey. So ein mieser Wick. Hast du bei mir geguckt, oder? Ich hab das eben gesehen, weil ich gerade ausfahren musste. Voll die Sauerei ist das. Boah, es hat mich fast einen Wump getroffen. Klar, der grüne Panzer fliegt bis in die Umendlichkeit. Und noch viel weiter. Ey, blöden Steinköpfe, ne? Kleine Steins ohne Arme. So, das ist auch rein. Boah, ich war gerade so schnell unterwegs. Ach, ja klar, V-Rug ist kein Austausch. Der Weg geht gar nicht nach links. Nein, nein. Nein, Stein. Oh, nee. Achso, ich wärme nur noch und nicht voll in der Haug. Was ist da, wie das ist, Stein, ey? Mann! Schön, dass du im Ziel bist. Das war als erster Glückwunsch. Danke. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Dieser Scheiß-Panzer, das gibt's doch echt nicht. Boah. Ihr könnt alle meine Zeugen sein. Das war der größte Scheiß überhaupt. Das gibt's echt nicht, ey. Ja, Leute, ich bin raus. Aber das kennt ihr ja nicht alles von mir. Hahaha. Eine Strecke hast du aber, glaub ich. Ah, nee. Nee, ich hab keine Strecke und null Punkte. Ein Dreck-Spiel. Das kann was werden, ey. Scheiße. Das haben wieder keine In-Game-Sounds, Mann. Ja, ich bin bei dir, eben. Scheiße, ey. Was für ein Spiel. Ja, du schaffst das. Ich hoffe es. Mann, ey. Ey, das ist wirklich unfair. Das war immer diese Bananen-Schweißerei von Donkey Kong Jr. Oh, was auf Rüche. Oh, Mario war das. Sau-Sack. Oh, diese... Komm, ey, jetzt den Stern. Hoffentlich ist der Stern. Ey, er kriegt immer einen Stern, ne? Ich traue mich, nicht hier nachher anzufahren. Ja. Hauptsache, rote Panzer-Panzer-Frift. Ja, super. Das dicke Kind muss von meinem Platz da vorne, Doc. So schön. Ich dachte, ich kann da ganz schittig dran vorbei. Die Röhren sind auch immer im Weg. Was soll ich damit? Ja, perfekt. Das kann ich damit machen, aber sonst auch nichts. Jetzt noch Prinzess Toadstool. Das wird er haben. Wo kommst du, Ne? Ja, Bowser will's wissen. Ja. Letzte Runde schaffst du nicht. Ah, ich schon immer dasselbe. Nein. Ich könnte auch absichtlich verlieren. Nein, du wärst vierter. Waste's food. So lokal dir auch. Du schaffst es. Du rettest mich in die nächste Runde. Und merkst du, der Skill ist woanders verteilt. Scheiße. Wenigstens haben wir das hinter uns. Ja. Zum Glück. Ah, im Flower Cup werde ich durchstarten. Ich hoffe es. Ich lasse Donkey Kong Junior. Ja. Ah, du kriegst ja den Pokal. Ja. Komischerweise, aber na ja. Komischerweise, aber na ja. 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 Ja.